Guten Tag, ich heiße Peter. Auf der anderen Seite haben wir das wissenschaftliche Know-how, das wir von IDAB, von diesem Forschungsinstitut, in Wallis. Und das bringt eigentlich mit einem neuen Modell die Möglichkeit, dieses Master anders zu machen. Man spricht als Beispiel, haben wir eigentlich das Dual-Ausbildungsmodul, Berufsbildung. Das ist etwas, was sehr erfolgreich in der Schweiz ist. Jeder weiß, dass es so etwas sehr Wertvolles ist. Und unsere Idee, unser Wille ist das auf eine universitäre Ebene aufzuimplementieren. Es gibt bis heute kein anderes Modell, wo wir ein Forschungsinstitut, eine Fernuniversität zusammenarbeiten mit der Wirtschaft. Das ist eigentlich eine Wille auf Bundesebene und im Wallis auch auf kantonaler Ebene. Dass man diese drei Partner zusammen macht und dass man eigentlich nicht Angst hat, vor einem neuen Weg zu gehen. Und dieses Fernstudium, dieses Fernmodell in den Firmen plus eine wissenschaftliche Arbeit um ein Master von Qualität. ist top, wir werden nicht mit der Qualität spielen. Das ist, das Ganze zusammen ist neu.